Hallo YouTube, hallo Freunde des Listplays, euer Spoddy mit der 51. Ausgabe von R3e Cars & Tricks und ich versuch's einfach noch einmal, weil bei der ersten Ausgabe oder ersten Aufnahme hat mich mein Aufnahmeprogramm wieder im Stich gelassen, die Shadowplay war der Meinung, Sound ist was für Weicheier, Sound brauchen wir heute nicht. Ja, deswegen jetzt das Ganze noch einmal. Heute, am Freitag, dem 23., 24. Entschuldigung, am 24. wurde der Carlson SLK 340 Judd veröffentlicht. Soweit ich gelesen habe, sogar in Kombination mit der echten Veröffentlichung. Dazu aber später mehr. Ja, eigentlich sollte am heutigen Tage, eigentlich sollte ja heute die nächste Assetto Corsa Cars & Tricks Folge kommen, nur während der Aufnahme hat man den Carlson veröffentlicht. Ich habe extra vor der Aufnahme nochmal reingeschaut, ob es das Teil mittlerweile gibt. Nein, als ich aus der Aufnahme kam, war allerdings der Carlson dann doch draußen. Naja, somit muss also die Assetto Corsa Folge ein bisschen warten, kommt dann am Dienstag und wir schauen uns heute eben den Carlson SLK 340 Judd an und das Ganze auf dem Race Room Hill Climb, auch dazu gleich mehr. Ja, das Ganze wird momentan im Paket angeboten. Das Auto an sich kostet 199 Virtual Racing Points, also VRP und wird angeboten in einem Hill Climb-Paket, in dem der Race Room Hill Climb enthalten ist. Empfohlen wird, das Ganze in der Rückwärtsvariante zu fahren und genau das machen wir heute auch. Wenn man den Race Room Hill Climb bereits hat, kostet das Paket 100 VRP. Man spart also gegenüber dem Einzelkauf des Autos 99 VRP, was ich schon ganz ordentlich finde. Ist auf jeden Fall ein vernünftiger Preis. Das Auto an sich ist auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam, fährt sich sehr schön, sehr gut, hat einen Top-Antritt. Ich habe hier als Tageszeit den Sonnenuntergang eingestellt. Ist natürlich jetzt für die Fahrzeugvorstellung ein bisschen suboptimal. Naja, passt schon. Wir sehen hier vor uns einen Carlson 340, basierend auf einem Mercedes SLK, in der AMG-Version. Hat auffallend viel Ähnlichkeit mit dem SLK. Interessant daran ist, weswegen Carlson auch dieses Fahrzeug für das Hill Climb-Programm genutzt hat. Der Radstand ist extrem kurz. Er sieht ein bisschen aus wie ein Spielzeugauto, ein bisschen wie ein Go-Kart, irgendwie sowas. Die Räder wirken schon überdimensioniert. Aber das verleiht dem Ganzen natürlich eine gewisse Wendigkeit. Gepaart ist das Ganze mit extrem leichtbau. Die AMG-Version kommt mit über 1600 Kilo daher. Was Carlson daraus gemacht hat, 780 Kilo leicht das Ganze. Also das ist schon ziemlich extrem. Befeuert wird das Ganze von einem Judd-Motor, 3,4 Liter V8. Mit immerhin 610 PS, 440 Nm. Also das ist ein Leistungsgewicht, da kommt man schon in fast Formel-1-Region. Da ist es zwar ein kleines bisschen mehr Leistung noch auf ein bisschen weniger Gewicht, aber die grobe Richtung stimmt. Geplant war, dieses Auto im Jahre 2013 schon zu den ersten Testeinsätzen, also den ersten Hillclimbs zu schicken. Aber wie es mal nur so ist, wenn man sich ein Projekt vornimmt, es dauert halt auch ein bisschen länger. Ja, deswegen ist das Auto momentan entweder noch nicht fertig oder jetzt mittlerweile eben vorgestellt worden. Ich glaube aber, es dauert noch ein bisschen. Das letzte Update auf der Seite war aus dem Juli, da kamen dann die Bremsenteile. Ich glaube, der erste Renneinsatz müsste aber jetzt bald sein. Das große Ziel ist, wenn die ersten Testeinsätze bei Bergrennen gut funktionieren, Pikes Peak in Angriff zu nehmen. Ja, wäre eine Strecke, die auch mal in dieses Spiel kommen könnte. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Einige Spieler hatten sich schon mal gewünscht, dass Pikes Peak auch reinkommt. Weil Pikes Peak einfach legendär ist. Und das am besten kombiniert mit dem Peugeot 206, glaube ich, war es, den Sebastian Löb da hochgeprügelt hat. Und das Ding sieht bombastisch aus. Hat ein Leistungsgewicht von, glaube ich, genau einem Kilo pro PS. Bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Aber egal, heute geht es um dieses Fahrzeug, das ein Prototyp ist und bleiben wird. Eben ein Einzelstück aus dem Hause Carlsen. Ein deutscher Veredler. Das zweite Fahrzeug in der Hillclimb-Kategorie oder bei den Hillclimb-Ikonen. Das erste war der BMW 134 Judd V8, der also mit dem gleichen Motor daherkommt. Der Motor eigentlich konzipiert für die LMP2-Klasse. Aber eben auch hier eingesetzt im Rahmen des E1-Reglement. So nennt sich das Ganze E1-Reglement der FIA. Und kommt hier ohne Luftmengenbegrenze aus. Daher dann auch mit Leistung offen bei 610 PS. Dementsprechend klingt das Ganze auch. Genau. Ein reinrassiger Rennmotor aus dem Hause... Mh... Engine Development... Nein. Ich habe den Namen zwischendurch auch nicht nachgeschlagen. Ich war irgendwie... ...in Eile. In der ersten Aufnahme ist es mir auch schon nicht eingefallen, wie der Laden von Joe... Äh, Quatsch, Jack Reppin und... Ich glaube, John Judd? Nee. Ich weiß auch leider nicht, wie der zweite Gründer hieß. Judd war der Nachname. Und Jack Reppin eben als der andere Gründer seit den 70ern bauen, baut dieses Unternehmen. Motoren unter anderem waren sie auch mal in der Formel 1. Sind in verschiedenen Formelserien mit dem Motor unterwegs gewesen. Und die Judd-Sparte ist eben... ...oder Marke ist eben der Teil für den reinrassigen Rennsport. Ähm, ja. Zu dem Auto gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Oder zumindest nicht viel mehr als das, was ich schon gesagt habe. Zur Strecke gibt es noch weniger zu sagen. Es ist eine fiktive Strecke. Fiktiver Hillclimb. Gelegen in den französischen Alpen. 10,5 Kilometer lang. Wir fahren das Ganze in der rückwärtigen... Nein, in der umgekehrten Reihenfolge. Also rückwärts, reverse. Äh, so wie es empfohlen wurde oder... ...als Empfehlung im Text zum Paket steht. Und, äh... Schauen wir nochmal ganz kurz ins Auto rein. Das Lenkrad finde ich sehr schön gelungen. Ansonsten sehr aufgeräumt. Ähm... Vom Design her das Lenkrad wirklich sehr, sehr schön. Es gibt auf der... Webseite, die ich hoffentlich, wenn ich dran denke, unten in die... Videobeschreibung verlinken werde. Einen... ...eine Broschüre. Bei der exakt aufgeführt ist, was in diesem Auto verbaut ist und wie die einzelnen Teile aussehen. Ähm... ...eine relativ umfangreiche Beschreibung, wo zum Beispiel auch das Motec beleuchtet wird. Das, was hier eingebaut ist, scheint, glaube ich, nicht das Richtige zu sein. Das sah ein bisschen anders aus. Aber tut auch nichts zur Sache. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie das Auto sich über die Strecke bewegt. Ich kann euch sagen, es bewegt sich dort sehr gut. Die Strecke ist ein bisschen knifflig, hat viele Spitzgeherren drin. Ich habe ja eben schon eine Aufnahme hinter mir. Bin da das Auto dann auch schon gefahren. Auf genau dieser Strecke. Na, genauso holprig fing es da auch an. Ja, die Kurve habe ich da, glaube ich, auch mitgenommen. Es sind zu viele Berge hier. Deswegen dieses... ...die Tageszeit... ...relativ schlechtes Licht wirft. Ich meine, der Sonnenuntergang sieht geil aus, wenn er über die Alpen fällt. Aber man sieht halt so gut wie nichts. Doch, hier bleibe ich regelmäßig hängen in dieser Kurve. Und das ist die erste richtig fiese Haarnadel. Und der ist mich eigentlich jedes Mal zerlegt. Ich denke, nach dem ersten Lauf werde ich das Ganze nochmal neu starten. Und dann mit etwas mehr Licht versorgen. Denn so ist es momentan doch ein wenig... ...trist, ein wenig dunkel. Oh, das habe ich im ersten Anlauf nicht geschafft. Das Ding einmal um die Achse zu drehen. Wie hoch die Zack ab auch? Wie hoch der Zack ab. LAN Central Wie hoch der Ab collaborators. Wie hoch die Zack. Wieso lenkst du denn schon wieder nicht ein? Meine Herren. Jetzt ist... Übersteuern. Ach Gott. Also irgendwie lief das für uns schon mal besser. Montan ist es das reinste Grauen. Das Auto möchte in den wirklich engen Passagen nicht rumkommen mit der Nase. Wir machen das jetzt noch mal von vorne mit ein bisschen mehr Licht und ich gucke dann gleich noch mal kurz in die Einstellung, was ich da schon wieder verstellt habe. So, mit etwas mehr Licht und zurückgesetzten Einstellungen sind wir wieder da. Wow. Das fängt genauso bescheiden an, wie es aufgehört hat. Die Lichtverhältnisse sind nicht unbedingt besser geworden trotz der Einstellung, dass es Mittag sei. Dafür ist es hier wirklich einfach zu bergig in dieser Bild. Okay. 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 Und das ist es einfach. wir haben einen da. Und das ist ja einfach zu bergen. Und das ist ja immer noch ein Havel. Und ich bin eigentlich in dieser Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, vielleicht der Dax-Schaden. Oh, vielleicht der Dax-Schaden. Oh, man. Man, aus mir wird kein guter Hillclimber. Definitiv nicht. Ich bin ja auf der Rundstrecke schon nicht so überragend. Aber Hillclimb geht gar nicht. Und wieder in die Wand. Hmm. Hmm. Das ist frustrierend. Das ist echt frustrierend. Das ist frustrierend. Aber das Ding geht ab wie Schmitzkatze. Das kann man wirklich so stehen lassen. Und wieder in die Wand. Ich kriege die Krise. Und auch hier. Ich weiß einfach nie, wann man hier verlangsamen muss, wann man verzögern muss, wann man überhaupt richtig in die Eisen steigen sollte. Ich hätte jetzt allein in dem Run das Auto zehnmal zu Schrott gefahren. Das Problem ist auch, die Karte ist so weit rausgesumt. Da sieht nahezu jeder Knick aus wie eine Gerade. Aber auch daran kann man sich nur bedingt orientieren. Die Haarnadel sieht man noch ganz gut. Aber beim Rest wird es schwierig. Persönliche Bestzeit um zwei Sekunden verfehlt. Oh Mann, ich bin ja so schlecht. Was ich gerne geändert haben möchte. Da. Ja. Scheint nicht viel gebracht zu haben. Und hier wieder verbremst. Immer wieder die gleiche Stelle. Irgendwann sollte ich es doch lernen. Und hier wieder verbremst. Ich krieg die Pisenocken. Da sieht auf der Karte wieder alles nahezu gerade aus. Bis hin zu dieser Haarnadel. Ein paar kleine Biegungen sieht man auf der Karte oder kann man auf der Karte erkennen. Aber das sieht bei Weitem nicht so schlimm aus, wie es nun wirklich ist auf der Strecke. Au. Au. Das kleinste bisschen Unebenheit und das Heck ist weg. Und dafür kommt der Hobel nicht rum. Gut, das war jetzt gerade dadurch bedingt, dass ich die Räder blockiert habe vorne. Und hier reiche ich ja zu schnell und bin über eine Bodenwelle gefahren. Oh Mann. Lasst mich bloß nie auf einen Hill climb. Das geht nicht gut. Das macht Laune, das schon, wenn man hier mit Tempo 200 über eine Landstraße pässt. Aber ich kriege es halt nicht gebacken. Wie läuft das eigentlich in der Realität? Fährt man die Strecke vorher 30 Mal ab? Oder kriegt man eine Streckenkarte und darf sich diese anschauen? Oder fährt man einfach mal drauf los und hofft, dass man heil ankommt? Wie ist das? Oh Gott. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, man kommt jetzt sogar um Kurven. Ja, wunderhübsch. Au, 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 au. Was allerdings vor Fahrfehler noch nicht feit. Und bei Bremsen geht immer noch wunderbar. Oh, au, au, au. Oh, au, au, au. Und viel zu schnell, genau. Oh, au, au. Oh, au, au, au. Oh, au, au. Oh, au, 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 au. War scharf. Na, hier hat's wieder nicht gereicht. Und das war einfach wieder mal zu schnell. Und das war einfach wieder mal zu schnell. Und wieder mal zu schnell. Also eigentlich kann ich nur dann ohne Einschlag über die Runden kommen, wenn ich Schrittgeschwindigkeit fahre. oder zumindest so 40-50 kmh. Oder zumindest so 40-50 kmh. Und das war ein bisschen mehr so 40-50 kmh. Und das war ja auch noch nicht mehr so 60 kmh. Und das ist noch nicht mehr so 40 kmh. Und das ist noch eine kleine Geschwindigkeit. Und das ist noch nicht mehr so 40 kmh. Das Auto an sich ist eine riesen Gaudi, das kann man so festhalten, das macht Laune, das eignet sich auch für den Rundkurs. Ich habe im letzten Versuch dieser Aufnahme das Ding dann auf den Raceway geschickt und das ging eigentlich ziemlich gemütlich. Und wieder mal weg. Wieder eine fiese Bodenwelle und danach im Zaun. Deswegen liebe Leute, fahrt nicht mit Tempo 200 über eine deutsche Landstraße oder über eine französische oder überhaupt irgendeine, weil die nächste Kurve kommt bestimmt. Und da war sie gerade. Was ist jetzt kaputt? Hä? Was? Ich habe nichts geändert. Ich war in keinem Menü und auf einmal dreht das Lenkrad völlig frei. Also das sind jetzt 90 Grad, die ich jetzt bewege. Und das dreht auf einmal das Doppelte. Ich verstehe es nicht mehr. Irgendwas passt gerade nicht. Okay. Nee. Nein. Immer noch nicht. So langsam wird es spooky. Ist doch alles gleich geblieben. Hier irgendwo irgendwann ist in letzter Zeit der absolute Wurm in jeglicher Aufnahme. Ich kann mir das momentan absolut nicht erklären. Und jetzt passt es wieder einigermaßen. Das sind momentan übrigens 180 Grad. Und die werden irgendwie auf deutlich weniger virtuellen Lenkrad umgesetzt. Und wieder der erste Lackschaden. Gleiche Stelle und auch die gleiche Stelle. Egal was ich mache. Ich lande da einmal drin, weil ich ein bisschen zu schnell bin. Spannende Musik der Gäste! Boa! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist das Auto gerade über alle vier Räder gerutscht, da geht dann nichts mehr Und die Kurve unterschätzt Auch wenn ich da mittlerweile schon zehnmal durchgefahren bin Diese zehneinhalb Kilometer hier auf der Strecke sind so verdammt lang Sich jede Kurve dabei zu merken ist nicht so einfach Oh, oh 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 Und die Kurve habe ich jetzt auch schon bestimmt 8 mal von den 10 Läufen mitgenommen. Und nochmal eben auf 215 hoch. 5 Sekunden gut gemacht, aber so wirklich glorreich wirkt das Ganze immer noch nicht. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Entertainment und sei es nur, weil ihr euch darüber schlapplacht, dass ich die ganze Zeit in der Wand hänge. Hillclimb ist nicht meins, er wird nicht meins werden. So einfach ist das Ding. Es macht Spaß, klar, aber es ist so dermaßen unbefriedigend, weil man, oder weil ich zumindest alle 5 Meter in der Wand hänge. Und, naja, ich würde einfach gerne mal einen sauberen Lauf kriegen. Nur, bei so vielen Kurven gibt es so viele Möglichkeiten sich zu vertun und dementsprechend, ja, das Ergebnis kennt ihr. Gut, dann bedanke ich mich für euer Interesse, fürs Dabeisein und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Spotty.